Das Sortiment von ZEPF Medical Instruments Das umfasst tausende verschiedene Artikel. Unseren Kunden und Partnern steht für nahezu jedes Produkt eine verbindliche Gebrauchsanweisung zur Verfügung. Die Anleitungen werden von uns auf Anforderung per E-Mail zugestellt. Melden Sie sich auf unserer Homepage zunächst mit Ihren Zugangsdaten an. Falls Sie noch kein persönliches Passwort besitzen, können Sie Ihren Online-Zugang jederzeit registrieren lassen. Dazu geben Sie einfach Ihre Mailadresse ein und bestimmen ein Passwort mit mindestens acht Zeichen. Bestätigen Sie selbiges. Danach stimmen Sie der Erhebung und Speicherung Ihrer Daten zu und senden das Ganze per Mausklick an uns ab. Eine E-Mail informiert Sie abschließend über Ihre Zulassung. Nach der Anmeldung befinden Sie sich im internen Bereich. Linkerhand finden Sie zwei verschiedene Arten, die gesuchte Gebrauchsanleitung anzufordern. Zum einen über die Artikelnummer, zum anderen über eine Rechnung oder einen Lieferschein. Wenden wir uns vorerst Variante 1 zu. Wählen Sie aus sechs Alternativen zunächst die Sprache, in der Sie Ihre Gebrauchsanweisungen benötigen. Geben Sie dann die vollständige Artikelnummer des gewünschten ZEPF-Instruments inklusive Sonderzeichen in die Suchmaske ein. Der gefundene Artikel erscheint. Bestätigen Sie die Anfrage mit einem Klick. Neben der Suchmaske wird eine Liste mit der entsprechenden Gebrauchsanweisung angezeigt. Nach derselben Methode lässt sich die Liste bei Bedarf auf 20 aktuelle Anleitungen erweitern. Stimmen Sie im Anschluss unserer Vereinbarung zum Download einer Gebrauchsanweisung zu und fordern die Dokumente an. Sämtliche ausgewählten Formulare werden inklusive Vereinbarung an die uns bekannte Mailadresse zugestellt. Widmen wir uns nun der zweiten Auswahlmöglichkeit. Bei Variante 2 führt unser Kundensystem sämtliche Rechnungen oder Lieferscheine auf, die Ihnen zugewiesen sind. Bestimmen Sie die Sprache. Nach einem Klick auf die gesuchte Bestellung werden alle enthaltenen Instrumente angezeigt. Wählen Sie je nach Bedarf eines, mehrere oder sogar alle Produkte aus. Stimmen Sie der Vereinbarung zu und schicken die Anfrage ab. Die Gebrauchseinleitungen finden Sie umgehend in Ihrem persönlichen Mail-Ordner. Sonstige Anregungen und Fragen nehmen wir gerne unter info-at-zepf-medical-instruments.de entgegen. Die Gebrauchse-Provaltung 2 2 1 3 Untertitelung des ZDF für funk, 2017